Es ist kein Mauchschild, was passiert? Na, Manno, war es noch eine Treppe? Ich dachte, ich wäre jetzt da! Na gut! Da ist schon wieder so ein Verrückter mit Hihuiuiui! Immer dieser verrückten Gerde hier! Okay, er hat zwei Pokémon, das geht hier gerade noch so. Dann setze ich mal den Imperator ein. Spielen hätte ich jetzt tauschen müssen. Naja egal... SURFER! Ich denke mal, das zieht alles ab. Ja. Geht doch. So, Smogmog. Denke ich. Oh, 23 nur. So, ja, dann ist er auch tot. Jo, der ist fast 35. Wow, das ist echt nicht schlecht hier. Hm. Hm, Pausch mit Mogelbaum. Das ist jetzt eh gleich tot. Ach, verdammt, jetzt muss ich immer so weit runtergehen. Guck, Whirlpool ist der Schneider. Das ist ein VM-Pokémon irgendwie. So, bevor ich hier hochgehe, gucke ich mal, was ist hier? Hier kann man runtergehen. Scheiße, unnötig. Wie bist du so weit gekommen? Ich denke, nimm, 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 nimm. Ach so, ich dachte, das wäre der Präsident da. Und deswegen wollte ich noch da gehen und ihn retten, aber wie man sieht, ist das nicht. Denke ich mal. Ja, und jetzt muss ich noch einen sinnlosen Kampf machen, den hätte ich gar nicht machen müssen. Egal, wo wir uns jetzt. Oh, scheiße. Steinhagel ein. Das sieht dann nicht so gut aus. Oh. Ein bisschen mehr in der Haupt. Na gut, das war es jetzt. Rauchwolke, Vollpfosten. Hm, jetzt könnte ich vielleicht sogar nochmal Steinhagel einsetzen. Ja. Wenn es jetzt auch ein Volltreffer ist, dann ist es echt lustig. Gut, nein. Und, Mobile Bomb ist dort. Schade. Geht doch zu Boden. So, Garados ist das nächste Pokémon. Natürlich wieder blink, blink, blink. Dann war auch gleich ein Furchtler. So, jetzt gucken wir uns auch nochmal an's mal an. Nein, ich will nicht tauschen. Verstehe es doch mal hier. So, Furchtler. Bum, bum, bum. Ja. Bum, 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 bum. Besiegt. Jetzt gehe ich aber hier wieder hoch. Was? Für ein Ball? Münze amuliert? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich weiß es nicht, aber... Ist das doch hier der Richtige? Ne, Quatsch, kann ja nicht sein. Wer würde sich nicht drehen? TM35, was ist das? Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Oh, was ist ich da? Schlaf. Zufällige Angriff im Schlaf. Höhöh, lustig. Hatte ich noch nie benutzt. Schlafräder. Ich wusste gleich, dass es die gibt. Ich komme hier nicht lang. Was soll ich machen? Ist die Frage, muss ich doch diesen blauen Typ hier ansprechen? Es scheint so. Ich weiß, ob ich das machen müsste. Ist kein Gegner. Wie, was? Willst du mich retten? Danke. Der Radioturm. Was geschieht dort? Wann hier ein Rocket besetzt? Hier, nimm diesen Türöffner. Was? Och, nö. Was? Schon wieder ein Öffner? Alter Schwede, ey. Ja, mach ich. Wenn du nicht so viel labern willst. Hm, schon wieder ein Öffner. Jetzt können wir oben die Tür öffnen. Naja, gut. Hä? Hm. Ich bin von alleine so geöffnet. Hä? Wo bin ich denn hier? Wo sind Kisten vorne? Da gehe ich einfach mal hier raus. Hä? Hä? Ein Moment mal. Was soll ich jetzt hier machen? Marschall. Marschall. Hm. Hä? Ich schnall jetzt nicht. Was soll ich hier jetzt machen? Okay. Gut, dann gehe ich einfach mal runter, oder? Ja. Gehe ich runter jetzt? Wie die wollen, oder geht es etwa noch mal oben? War ich jetzt runter oder hoch? Oh, die verarschen mich doch, oder? Türöffner. Wo soll ich das denn einsetzen, hatteschön? Da oben war nichts. Hm. Ah, die Rocketman. Ist immer noch da? Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Hm. Hm. Alles klar. Die hier. Nee, immer noch nicht geöffnet. Ah, doch. Jetzt. Ach, endlich. Ich bin bald da. Warum hat sich der Rollladen geöffnet? Hast du etwas damit zu tun? Nein, nein, nein. Ich doch nicht. Ich bin hier der Unschuldige, ne? So, Varados. Jetzt mal schön Fuchtler ein. Ah, ist gut. Okay. Aber jetzt Fuchtler. Okay. Geht doch. Volltreffung, jetzt wird's nochmal stärker. So, das zweite Pokémon und damit noch das letzte ist. Ein Smogon. Sehr einfach, fuchtbar. Verstärkter Fuchtler muss man noch zu sagen. Damit geht das schon. Das ist schon das Ende. Dann Trainer. Was? Ganz bitter, wirklich. Kann's nicht fassen. Und jetzt setze auch noch Smog ein. Schlechter kann sich laufen. Ah. Das ist doch ein Scherz. Das kann doch nicht sein, hat er es vergiftet? Ach egal, wie stirbt er irgend? Ja, du bist erledigt. Oh, was ist denn hier noch los? Ich versieg die mal. Sind Pokémon nicht wirklich niedlich? Ich danke, meine Pokémon sind niedlich. Nachdem sie ihn daheim besiegt haben. Ach, ich denke nicht, ich darf... Okay. Oh, so viel, ey. Das ist ungefähr. Retter. 21 nur. Oh, das kann doch nicht sein. Oh, das kann doch nicht sein. Sind die Level schon so niedrig und... Es stirbt nicht beim ersten Mal. Na gut, dann sag ich nochmal Drachenblut. Auf, so... Ja. Du Flo... Da nehme ich jetzt Pochtler. Das sind Glockenau, zwei Glockenau. Pochtler müsste wirklich alles abziehen. Oh, 24. Scheiße, ich hab mit 21 gerechnet. So eine Scheiße. Das war's. Ich dachte, ich hab noch ein paar... Äh... Mistforms. Hm. Das war ein Verblut. Mirabler. Mirabler.